Erkrankt. Der alte Justin. So, in 5 Minuten kommt Sui. Dann wird's zurückgeschossen. Es ist so klar, dass das jetzt kommt. Ah, wieder da. Naja, Manpower hätte ich, aber... Aber... 68.000, Junge. Oh Gott, schon wieder... Selbst der Thrakische Babar hat ein höheres... Tech Level. Der Thrakische Babar. Ist ja beleidigt dich wieder. Willst du was ja nicht auf mir sitzen lassen? Den ganzen Scheiß hier einfach mal mit. Ja, den kann ich noch überbrennen. Das war ja auch nicht der... Tö-tö-tö. Off-Statt-Bauplätze hier... Das brauchen wir. So, halt die Pioniergeist Keine Ahnung, wo ist denn? Kalabian ist doch das hier Meint ihr jetzt eigentlich mit kolonisieren? Ich soll einfach das hier Sklaven nicht dafür benutzen, um ein neues Wettbewerb zu kolonisieren. Habe ich hier nur Sklaven schon wieder? Okay Ähm, nein Okay Keine Ahnung Keine Ahnung Das steht auf in der Entscheidung Das ist wieder selbe Scheiß hier oben Wir lassen uns zum Pfarrer oben machen Theokratische Monarchie ausrufen Geil Ich werde einfach Stalin Oh Mann Das muss irgendwann mal irgendein Dispot sein, ja? Ja, natürlich Natürlich In meiner Hauptstadt verhungern alle Ne, da ist Nahrungsproblem mittlerweile gelöst Sozialistische Nahrungspolitik Jeder kriegt eine halbe Kartoffel zu essen Ist egal, alle müssen, alle müssen satt sein Ja, ja Richtig Satt Das definiert jeder eigentlich Diese Politik Einfluss-Overflow hier Achso, Moment mal, ich habe ja gar nicht Ich habe ja in dem komischen Kampf gerade eben auch einen neuen Anführer bekommen Der ist auch schon wieder 62 Und seinen Sohn, kann der wenigstens was? Nein Achso, Moment mal, ich kann meine Frau austauschen Nein Ich bin Tetis Äh, die ist extrem niedrig Ja, können wir uns mal hier kurz So, jetzt hier Religion Schwein abstechen Trofeos Hier, ein Elfer Oh, ein Neuner Und Leo und Dietz wollen eh an die Macht Perfekt Wunderbar schöne Oliven So, also, wir können gleich Brauche mehr Geld 9000 Wir können gleich los, ne? Okay, ja Ah, ich sehe es, ja Ist schon angekommen Warte mal Können wir loslegen? Babylonie ist ein Spieler? Was? Was? Hey, wo ist denn Babylonien? Achso, das warst du, oder? Was denn? Bin ich von dir jetzt was importiert, ja, oder? Ja, du hast was von mir importiert Ich wusste, da stand, da stand Babylonien Du bist ja quasi Babylonien, da wo du jetzt steckst Ist egal Du bist quasi Babylonien Boah Äh, wo muss ich sagen, sollte ich in der Hauptstadt? Kann ich angreifen, oder? Ja, ja Was ist los? Was, 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 was greift der jetzt an? Wer ist das, den Dandrien? Ne, wie das? Was für ein Krieg? Verwirrung Mach einmal stopp, stopp, stopp Was, was, was passiert hier? Wer bin ich? Was? Alter, es gibt mir ja so oft den Start mit dem Bürgerkriegen in Kapardonien Ach, du bist mit Dindarien Ah, jetzt Deda, Potulanien Räukien, Deda Und Raka Dingsbuster Oh Alles sieht sehr gesund an Ja, die sind alle auf der falschen Seite Ne, lehne jetzt ab Boah Ja Ja, wir holen uns die selber Da kann man einfach rüberlaufen, ne? Ja Von Dindarien zumindest Was geht eigentlich bei euch hier? Seid ihr eigentlich schon auf? Ja Kampf um 21 Krieger erklärt, kannst einfallen Ja, beschwert euch mal weiter hier Oh, du kannst mir ja diesen Gasten Übergang gehen geben Oh Ja Herz allerliebst hier Naja, oder Na Diese obere Provinz da drüber Dieses, äh Klein Borustinien Das könntest du mir geben, dann Wenn du willst Ja, schauen wir mal dann einfach Ein edler Sechser-General hier am Start Der Italier Nabis Oh, Larisca Baranzi Der ist tapfer freundlich 20 Jahre alten Zehner Und hat einen coolen Hut Willkommen in der Armee Manowar wird auch Geld Verkauf Klopapier Ich hab Manowar heute schon den, äh Extra-Trick, äh, verraten Was Klopapier angeht Ja Wenn's ausgeht bei euch Ja Ich denke, wir gehen mal Alte Klausur nehmen Find ich, das, find ich hört sich gut an 10, 10 weg 10, äh, hier 10er-Pack-Lappen Und, äh, hier Waschpulver, ne Hilft auch Gestufte Bürgschaft Oh Mega Bauzeit So nett Nur Geld sammeln Alter, T-Shirts Ja, ja, genau Das war mein erster Gedanke Aber ich wusste nicht, ob man immer nur so viele alte T-Shirts hat Die ganzen Juso-T-Shirts Die ganzen Juso-T-Shirts Die ganzen Juso-T-Shirts Die ganzen Juso-T-Shirts Irgendwo musst du ja verdorben worden sein Die Bauern sind diesmal nicht so werft Beim letzten Mal, hab ich das Gefühl Irgendwie haben wir da mehr Einheiten Wir haben ihn aber gerückt, hat gebraucht schon beim letzten Mal Belagerung von Ruxolanien ist fertig Der war echt überall Festungen hier Die haben das hier echt krass ausgebaut Jetzt werden wir mal die Leute hier ein bisschen Glücklicher, schätze ich Genau, ne Bibliothek, ein Forum Und ne Akademie Boah Hoffentlich nicht Ah, okay Wir können nicht weiter, weiter, lauter Das ist jetzt ober wie die hier mal Da können wir hin Das sind ja lauter Stammesiedlungen hier Jawohl Das ist echt Lerfig Meine Güte, was hast du aus Italien gemacht, Mann So, mal eine Perle der Zivilisation Das war die KI Du darfst die KI schieben, ne? So Ja, ja, ja Spiele, alles 15 Sklaven Er hat einen Frieden ersucht, aber ablehnen Jetzt werden die alle sterben Ja So klang das So Ah, bin ich der Forscher Der rhetorische Typ Ja Der ist zwar schon 49, aber gut Ich kann das mal kurz hier voran peitschen Auf Stufe 17 Hm So Das wird alles gebaut hier Hört auf die Mission, die uns sagt Bau das Gebiet hier aus Ist wichtig Mein letzter Rückzugsort Für ein Sparterfeld Also das ist ein letzter Rückzugspunkt, das würde ich mir Sorgen machen Eigentlich bräuchte ich hier auch Einfach mal mehr Festungen Das baut sich gerade, das heißt wir können bald einen zusätzlichen Bauplatz Und Aquprodukte brauche ich auch Die Stadt ist viel zu klein Oh meine Güte, du brauchst echt ewig für die Festungen teilweise Ja, das ist, wir sind gut ausgebaut Belagerte er in der Stufe 1, wirst du Ägäische Inseln haben schon wieder zu wenig Essen Portieren gerade wieder gar nichts, weil Wie sind's Das würde ich ohnehin nicht machen Was würde ich ohnehin nicht machen Klick die Sterben auf den Inseln hier Nahrungsmittelknappheit Und vorn konntest du die Nahrungsmittel irgendwie umkretraden Ja ne, die hatten da, also da waren Also da waren gerade gar keine Importrouten auf der Insel Aber äußerst verstörend Ich könnte es natürlich auch von meinen eigenen Provinzen importieren, aber Also ich bin hier nicht so Ich mache ja keine Bergermein-Näber-Politik Das hätte ich eigentlich Ja Ne, ich meine, das hätte ich auch machen können Bevor du Italien eroberst Vorher alle Städte erpreisen Das nächste Mal denke ich Verbrannte Erde Verbrannte Erde, ich wollte es schon sagen Spartaner mit sehr komischen Namen Abat-Ubarit-Ebit-Tar-Kupti Das ist eigentlich alles so gut, die Sachen hier Na komm, mach mal Wenn wir so ein bisschen Kann man was tributen Die haben halt echt was in jeder Jeder probiert eine Festung Ja, das ist echt nervig Das da oben sind Wir haben es aber fast Oder Mr. Diplomatie-Karten-Modus Wo bist du denn? Naja, wir haben es ja fast Zwei Sachen Erobert sie Stürmt die Festungen Ihr könnt jetzt eigentlich nachgucken Was für Forschung die Gegner haben Also Was für ein Technologiestand Du gehst auf das Land von denen drauf Ah, das ist wie gesagt Nur die Technologie, die sie maximale Genau, und dann Ah, ich habe es schon gefunden Genau, dann rechts oben sind die Ah, dann kümmert sich um die Anführer Ja, mach mal das So More military tradition Der Kolonien Ah Das könnte unser Problem hier unten mal lösen Tatsächlich Das hier Ja, also wenn du mir da unten was geben willst Tatsächlich Und dann Ich weiß gar nicht, ob er die ganze Dinger hier auflöst Dann Ah, nee, okay Dann müsstest du mir die Hauptstadt geben Was denn? Ich oder was? Ja, also wenn du mir dieses Kleine Boristinien geben willst Da hast du die Hauptstadt nämlich Die Setti oder wie das heißt Setti Tag, Sui Hi, Bo Ah, hi Sui Ich möchte dich sehr freuen Das ist eine sehr witzige Runde Hast du schon reingeschaut? Ich hatte nur gerade reingeguckt Kurz am Stream Die Musikerkunde davor Und gesehen, dass Es nachgefragt wurde Wegen meiner Technologiestufe Ja, das auch Ich habe dich als Beispiel genommen Ja, ähm Italien wurde halt Genommen Genommen Hart Und Hintern Nein Sagen wir es uns Wir sind angerannt Wir haben hin und wieder auch gewonnen Aber Die Moral war so gut wie In Frankreich Äh Nein Ich meine Diesen Immer dies Zwangs Zweitweltkriegsvergleich Äh Von dein oder Von meinen Von uns beiden Okay Ja gut Das ist ja die KI Wir haben tapfer gekämpft Wir haben Söldnene Tod geschickt Vor allem Söldn Warte mal Ich gebe Ich gebe dir kurz hier Äh Dieses Dingsbums da hinten Drakien Ich noch irgendeine Hauptstadt Ja, die hier Ich will nur sagen Ich habe mich kampflos kapituliert Wie kann ich dir dann das andere dann geben Ja, du Äh Du gehst auf die Provinz drauf Und dann Äh Ist es Achso, ich muss erst Achso Ja, aber Also ich Eigene sie mir erst mir an Und geh sie dann hier Nee, 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 nee Sonst dauert es wieder ewig Äh Geh einfach auf die Karte Klick die Provinz an Und dann hast du unter dem Bild von dem Gouverneur Da drunter Äh Territormus Besitzer Und daneben Besatzung Oder machst du die einfach auf mich Die City Geschichte Machst du das jetzt auch gerade eher Und du befindest dich auch gerade im Krieg Äh Besatzung Da kannst du die halt auch ändern Daneben Besatzung übertragen Kassi, ich habe es leider nicht verstanden, was du gesagt hattest Du befindest dich leider im Krieg gegen einen Haufen Dann kannst du mir diese zwei Gebiete, die dir für dich markiert sind, dagegen Äh, meine Frage Jandy und Kinn Äh, ja, bin ich ja dabei Du bist sehr leise hochkassi, ja Wer noch wo und so, sind alle lauter Besser Ich habe halt die Gebiete, die ich besetzt habe, am Verbündeten ab, damit der die besetzt hat Auf die Provenz drücken und der gibt's von Ja, ich meine, gehört dabei Du hast City aber auch noch nicht übergeben, ne? Hast du gesehen? Was? City ist auch noch grün Das habe ich dir auch übergeben Übertragen Ich bin Sparta, ne? Übertragen Ne, du hast, nein, du hast mir wieder Hä? Ne, du hast mir gedacht, dass du rechts dein Leben übertragen Was für City, was für, was Ja, das wolltest du doch, oder? Ja, ne, ich dachte, die unteren Sachen, die gehören ja noch zu der Provinz, die zum Großteil dir gehört Deswegen habe ich die dir gegeben Frage Passworte Ah, okay Dieses City warst du drüber, deswegen Ah, das drüber, ah Ja, genau Diese ganze, das ganze Gebiet da, oder? Ja, genau, dass ich halt diese eine Provinz habe Genau So, und jetzt kannst Ah, pink, klein Okay So, 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 jetzt können wir eine Friedensverhandlung erfüllen Mal kurz Pause, so lange Äh Zu rejoined Hab ich irgendwas verpasst? Habt ihr irgendwelche Themen schon komplett abgesprochen? Ja, wir hatten, äh, Corona in diversen Ausführungen, äh, offensichtlich Wir hatten Charlie, der hier runtergefallen ist vom Stuhl am Schlaf Ähm Wir hatten Natürlich diverse Zweitwerklichsthemen Wie immer Wie immer Ja, aber sonst eigentlich, äh, ja Nichts besonderes Ich muss mal sagen Das ist ein ganz schönes Paradox, ja, dieses Jahr Ja, also wir machen sehr viele große Veränderungen an den Spielen, das stimmt schon Ja, also du hast ja CK3 Hast du, was rauskommt dieses Jahr Oder rauskommt soll Du hast, Heart of Iron 4 hast du jetzt in das DLC gehabt Jetzt hast du noch von Salahus das DLC und von, äh, EO4 das DLC Was von den Crunch Strategies ist Ich will jetzt wegkriegen und verliere die Mälder Ja, du weißt, die Wege der KI sind mysteriös So komplex So, ähm Bist du vollgejoint? Ja, ich muss bloß gerade erst mal gucken, was ich hier auch Ja Könnt's ja mal zunut Aber ich wär dann, aber ich wär dann dabei raus Oh, das ist unsere Chance Die seifen ja nur Sparta an Ja, ist mir leid, der Stream endet ja jetzt dann Ah, okay, Sparta hat sich da Gebiete geholt Gebiete Eigentlich war ich im Osten auch praktisch, aber das hat er noch nicht abgedreht Oh, nein Ja, ich kann ja sagen, von mir hat er nicht so viele Gebiete geholt Nee Kein einziges Er durfte ja auch von dir nix nehmen, weil Ich darf ja nicht angreifen, er darf nur mich angreifen Weil ich ja nur da war Das heißt, in dem Moment, wo du online kommst, kriegst du praktisch die Kriegserklärung Ja, ich muss erst mal hier die ganze, erst mal gucken, was die KI-Frage ist Hier gibt's keine Show Martin, hast du gelesen, was Rico geschrieben hat? Ah, wegen dem Klopapier, wegen Schadi? Ja Ja, der Hund Ah, okay, ja, wir werden raus für heute Okay, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal So, wir machen wahrscheinlich noch eine Stunde oder sowas, denke ich Ciao Ciao Hast du eigentlich schon mal wegen deinen 4K angesprochen? Äh, noch nicht Wollen wir jetzt demnächst mal irgendwie Also diese Woche schaffen wir's auch tatsächlich Äh, wir quatschen dann aber morgen am besten zu zweit Wegen Weil jetzt im Stream bringst du aber ich niemanden Vor allem die Folge kommt halt erst in zehn Jahren raus Und es sind dann nur ein paar Leute da Um welches Spiel geht's? Es geht um EU4 DLCs und so, das kann man ja sagen Da war es sowieso nett, ein paar zu sponsern Damit wir die an die Leute hier verteilen können Oh Kanal Es gibt was zu gewinnen Es gibt was zu gewinnen Jaja Ein Geat weg machen wir Sui, du hast doch Geld jetzt, oder? Oh Ah, jetzt hab ich noch die Zeug... Ja Schon, warum? Ich hab nämlich keins Und Corona-Ferien Ich wollt grad sagen, ach so, so echtes Geld Warte mal, ist in ein... eine feindliche Provinz? Ich kann im Krieg quasi Provinzen kolonisieren? Willst du mich verarschen? Ja, was sagst du, wie die Griften sonst kolonisiert? Jaja, aber... Ich hab das nur die gemacht hier Okay, das heißt, du bist ja der... der Uber-Dude Ja, dann bin ich mal beide mit hier Du hast das hier am Griff hier Das ist auch die Assimilierungsstrategie Genau Super ist Kann man hier Import-Truppen bauen Stammesmitglieder Das ist auch ne Stadt Ah, genau, das... das haben wir gesucht hier Ja Also ich weiß nie, was der macht, der hat hier... Oh, ich hab 300 Schiffe Tja, jetzt weißt du, was er macht Ne, der hat ja... keine Ahnung, 100.000 Truppen... mehr, 200.000 Truppen einfach noch... in Albion stehen Das ist äußerst wichtig, die Heimat... Ja, das hat mir den Krieg vorangeboten Der kommt aber keiner drauf, weil du hast ja die... Ne, du... ne, die KI kann halt nicht, äh... Die Truppen bewegen von der Insel, das ist das Problem Ne, die kann... die kann... die kann... die kann das schon, aber sie macht's halt nicht oft Ja, der Rest hat sie dann halt wie über den Krieg verloren Ja, so funktioniert die KI So müssen die Leute hier wegbringen, so zwungen uns die... Zwungen hat die Zivilbevölkerung hier Wer weiß, ist... Äußerst ungut Okay, und hier... Wollten wir auch weiter investieren Äh, gegen wen kämpfe ich denn hier überhaupt? Was haben die von der Militärstrategie? Oh, okay Hm... Aber den muss ich mal hier weg Das Kernland Und... So... Wird man sich auch halbwegs erholt jetzt, so langsam? Gut... Müsste jetzt mal wieder ein bisschen Frieden haben und ausbauen Diesen Scheiß hier mal kolonisieren Ich müsste hierhin Leute verlagern Die keine Sklaven sind Ja, genau Hier, ihr seid... Sklaven Ähm... Ach, das könnte nie System Warte, da war irgendwas, was anders aussah Hab ich mir das eingebildet? Ja Ich hab hier doch nicht nur Sklaven Ich hab hier doch nicht nur Sklaven Hm... Oh na, hier, hier umsiedeln mit der Sonserziehung Okay 6,5 Also ganz ehrlich, das ist doch das, was mir hier mit meinem wenigsten gefällt Dieses, völlig dämliche Qualisierungssystem Meine Güte Ja, aber so ist es halt nach historischem Vorbild Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft hab Ich hatte eigentlich keine Moral, aber ich hab irgendwie den Kampf grad gewonnen Okay Ich bin schon mit dem, mit dem Zeug, was daneben ist, aber ich kann halt nur Sklaven hinsiedeln und ich kann mit... Sie haben nicht eigentlich gesagt, dass ich mit Sklaven nicht kolonisieren kann? Ja, kann ich nicht Aber ich hab daneben mit dem Provinzen auch Leute, die keine Sklaven sind Sind dann jetzt nicht so glücklich, vielleicht Hm... Ja, ich weiß, ihr habt keine Ahnung Ihr müsst da kurz, ihr müsst da kurz aushalten auf den Schiffen Trotz halt nur 20 ist eigentlich schon auch gut So... Nachfolger, du... Ach, du hast, äh... Du hast nur keine Frau, was nicht gut ist Danke très密 Dankeschön J desirable Prozent J